Diese Folge wird ja präsentiert von Amorelie, deinem Sexshop für Premium-Sex-Tolls zu fairen Preisen. Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo meine lieben Sex-Häschen und willkommen zu Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Öfter mal was Neues, würde ich sagen. Ich bin Josi. Und ich bin Leo und ich habe gerade fast mein Mikrofon vom Tisch. Gehaulen. Kann man auch mal machen. Passt so ein bisschen zur heutigen Folge. Da geht es nämlich um eine SM-Praktik. Aber ich würde es fast Soft-SM-Praktik nennen. Naja. Nämlich das gute Edging. Also den oder die andere an den Rand des Orgasmus bringen, aber ihn eben nicht von der Klippe springen lassen, nicht in das Wohlgefühl des Orgasmus eintauchen lassen. Nein, das Ganze herauszögern. Wir haben dafür eine Expertin eingeladen. Ja, Trommelwirbel, wartet mal. So, haben wir nämlich schon lange nicht mehr gehabt. Wir haben uns eine Domina geholt, nämlich Lady Velvet Steel. Und die wird uns verraten, wie man sich da auch so als, wie sie wahrscheinlich sagen würde, Vanillapaar herantasten kann. Das ist wohl wahr. Bevor wir jetzt aber in die Untiefen des Edging uns stürzen, haben wir noch einen kleinen Aufruf. Warte mal, ich muss noch einen Schokobon holen. Kennst du das, wenn du nur einen Schokobon gegessen hast, dass du dann nicht aufhören kannst? Man kann. Josi, wir machen hier eine professionelle Aufnahme. Das ist, ja. Steht die einfach auf. Das hast du in drei Jahren noch nicht gehört. Steht die einfach auf, um sie Süßigkeiten zu holen. Diesen Effekt, und das ist kein Anzeigenkunde, ja, diesen Effekt haben Schokobons auf mich. Schreibt mir gerne auf Instagram unter obiby-josi, falls ihr jemand seid, der nur einen Schokobon essen kann. Das wäre für mich zum Beispiel, um mal aufs Thema zurückzukommen, auch eine SM-Praktik, wenn man mir nur einen Schokobon gibt. Du brauchst jetzt gar nicht versuchen, dein Verhalten hier irgendwie mit einem Thema zu verknüpfen. Ich fasse es nicht. Ich fasse es nicht. Okay, dann kann aber ich schon das machen, was ich eigentlich gerade machen wollte. Und zwar lassen wir euch im Sommer natürlich wieder nicht hängen. Das hier ist offiziell die letzte Folge der zehnten Staffel. Oh baby, by the way. Eigentlich kommt eine Sommerpause, aber wir können euch nicht alleine lassen im Sommer. Das können wir uns nicht zumuten, eurem Sex nicht zumuten. Und deswegen machen wir wieder eine Sommerserie, in der wir eure Sexgeschichten vorlesen. Gerade sammeln wir noch alles zum Thema bester Urlaubs-Sex. Also ihr hattet jetzt ein Jahr lang Zeit, nochmal gescheit Geschichten zu sammeln. Und die könnt ihr uns liebend gerne schicken an ohbabypodcast auf Instagram oder ohbaby-josi. Instagram hat gesagt, ja, wir machen es euch ein bisschen schwieriger dieses Jahr. Die haben irgendwie die Zeichenanzahl total reduziert an Nachrichten, die man schicken kann. Teilt es einfach in mehrere Sachen auf. Die meisten von euch haben es so, glaube ich, gehandelt, die Sache einfach auf Word oder bei Notizen im Handy vorgeschrieben und dann in mehrere Nachrichten aufgeteilt rüberkopiert und geschickt. Funktioniert wunderbar. Nämlich die Mailadresse, die irgendwo noch rumgeistert, die ist nicht mehr aktiv. Und es muss nicht nur der geilste Urlaubs-Sex sein. Es kann auch eine lustige Begegnung gewesen sein, eine schräge, eine romantische, eine, die total nach hinten losgegangen ist. Einfach gute Urlaubs-Sex-Geschichten. Und als Beweis dafür, dass ich jetzt wirklich aufgestanden bin, um mir einen Schokobon zu holen. Ich esse das jetzt auch. Also red du mal weiter. Okay. Fangen wir mit dem Thema an. Ich finde das Thema total spannend, ehrlich gesagt, also den Orgasmus zu verweigern und dann immer weitermachen und das immer weiter zu steigern und zu steigern und zu steigern. Und wie ihr lieben O-Baby-HörerInnen mich kennt, würde ich das wahrscheinlich viel häufiger gerne an Männern ausprobieren, als ich es bisher konnte. Weil in mir steckt ja so eine kleine Hobby-Domina manchmal, sage ich jetzt so ganz salopp daher, obwohl wir jetzt nochmal eine richtige Domina in der Folge haben. Und ich liebe es total und finde es total spannend. Und ich mache das auch manchmal an mir selber bei der Selbstbefriedigung. Ja, man kann das ja auch an sich selber machen. Wie machst du das dann? Naja, also ich mache es mir zum Beispiel, also das ist dann meistens klitoral tatsächlich, dass ich einfach kurz davor aufhöre, wenn ich merke, genau dieses Gefühl, wenn ich merke, meine Muskeln entspannen sich, spannen sich an und dann würde der Orgasmus kommen. Dann höre ich auf und dann fange ich wieder von vorne an. Dann höre ich auf und dann fange ich wieder von vorne an. Und dieses von vorne anfangen steigert sich dann. Ich fange dann sozusagen wieder, ich kann das zu einer Zeit gar nicht sagen, ich fange dann ganz langsam wieder an sozusagen meine Klitoris zu reiben, weil die ist dann ja auch relativ empfindlich, wenn du schon kurz vorm Orgasmus warst. Dann fange ich wieder ganz langsam an, steige mich hoch und so weiter. Und ich finde das extrem geil, aber wenn ihr mich besser kennt, wisst ihr ja, für mich sind Orgasmen auch gerne so schnelle Dinge. Zum Schlaferbau. Das heißt, ich mache das tatsächlich nicht super häufig, aber manchmal höre ich aber auch drauf. Aber fandest du dann der Orgasmus, den du dann hattest nach dem Edging, dass der dann besser war? Also hat sich das rentiert? Und ich finde dieses besser und schlechter irgendwie so doof. Er ist anders. Aber ich habe auch die Vorstellung, dass wenn ich das ständig machen würde, dann würde er auch nicht anders sein. Also ich glaube, er fühlt sich für mich einfach ein bisschen intensiver an und er ist dann auch ein bisschen länger. Aber der Aufwand dahin ist jetzt nicht so, dass ich das in meiner wöchentliche, ich mache es mir selber, einbauen würde. Ist es vielleicht auch so, dass quasi der Weg dahin schon das Ziel ist, also dass der Weg zum Orgasmus ja auch schon so geil ist, dass man das halt mehr davon haben will? Ja, vor allem, weil man hat ja auch immer Fantasien im Kopf. Also es gibt ja auch Leute, die machen sich selbst ohne Fantasien. Aber ich habe da meistens schon immer die Fantasie, dass das jemand anders bei mir macht, sozusagen, obwohl ich alleine bin. Und dazu kommt ja dann auch so einfach eine Fantasie, dass da gerade du von jemandem beherrscht wirst und dass der das macht, obwohl man ja eigentlich selber alles in der Hand hat. Aber das finde ich eigentlich ganz geil. Also ja, der Weg ist schon auch ein bisschen das Ziel, das in dem Sinne schon verknüpft das wirklich viel mit Fantasien. Und wie schaut es bei dir aus? Ich habe unfreiwillig geätscht, möchte ich mal sagen. Du meinst, du hast deine Orgasmen verkackt, oder? Wie wahrscheinlich viele Frauen auf diesem Planeten schon unfreiwillig Edging betrieben haben. Ich tue mir ja ein bisschen schwerer mit den Orgasmen vaginal. Also ich mag ja die Unterscheidung, mögen wir ja eh nicht so gern. Aber wir machen es jetzt mal, um in anschaulichen Bildern zu sprechen. Also Orgasmen durch reine Penetration mit einem Penis schwierig bis einfach gar nicht möglich. Und auch, ich bin ein Klittmädchen. Aber selbst da ist es nicht so, dass wenn du jetzt ein bisschen oral mit der Zunge da dran rumlaberst, dass ich dann sofort komme. Also das ist schon ein bisschen harte Arbeit. Und mir ist das einfach schon total oft passiert, dass ich zum Beispiel geleckt wurde. Und dann ich so wirklich kurz vorm Kommen bin, ich kneife die Augen gerade auch zusammen, so ganz kurz davor. Und der Typ meinen Körper einfach gar nicht lesen kann und meine Körpersprache und mein Stöhnen auch nicht. Und dann irgendwie die Bewegung geändert hat oder das Tempo oder den Druck total verändert hat, sodass, zack, war das geile Gefühl irgendwie weg. Und dann ist das so ein Overstimulus und dann ist bei mir der K.S. Gessen. Also ich bräuchte da, glaube ich, relativ lang Pause, bis ich wieder einsteigen kann, bis sich meine Klitoris irgendwie erholt hat. Das ist eine Typsache. Da können wir auch gleich mit Lady Velvet noch drüber sprechen, ob das wirklich so ist, dass das eine Typfrage ist. Aber, also wenn der bei mir einmal so kurz davor verreckt ist, dann wird das nichts mehr. Wurde bei dir schon mal so ein bisschen in diesem Soft-BDS oder Soft-SM-Kontext, also mal mit ein bisschen Fesseln und vielleicht mal mit einer soften Peitsche oder was auch immer, oder Handschellen, wurdest du schon mal in so eine Situation gebracht, wo du irgendwie gefesselt warst in irgendeiner Art und sowas wie Edging an dir betrieben wurde? Wurde so eine Orgasmusverweigerung oder so eine Stimulationsverweigerung? Und wenn ja, fand es geil? Nein, wurde nicht. Fände ich vielleicht geil, aber habe ich so noch nicht erfahren, weil die meisten Männer, mit denen ich in der Vergangenheit Geschlechtsverkehr hatte, ich sage das jetzt, und das tut mir auch irgendwie leid, aber gleichzeitig auch nicht, gar nicht das Skillset gehabt hätten, um meinen Orgasmus so zu kontrollieren, weißt du? Also ich habe in der Vergangenheit, du weißt das ja, oder liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ihr wisst das, weil ihr hört ja regelmäßig zu, ich habe in der Vergangenheit einfach sehr oft sehr schlechten Sex gehabt, wo Männer hauptsächlich irgendwie reingehalten haben oder auf sich geguckt haben und dann so ein bisschen hier rumgeleckt, damit ich nicht so ganz als Egomane rüberkomme, da bist du von dem Thema ganz weit weg. Weil, um den Orgasmus von einer anderen Person kontrollieren zu können, musst du dich ja voll auf diese Person einlassen, musst du die gut beobachten. Und so viel Mühe haben sich die meisten Typen echt noch nicht gemacht. Das ist jetzt natürlich in der Gegenwart ein bisschen anders, aber das Setting hatte ich noch nicht. Ich bin da auch nicht der größte Fan davon. Ich gebe nicht gern die Kontrolle ab, weder in meinem normalen Alltag noch im Schlafzimmer. Ich habe das mal gemacht und ich mag ja, also ich finde jetzt so Machtspiele ja sehr anregend. Ich mag es ja nur nicht geschlagen zu werden, das ist ja so, oder Klepse, selbst Klepse finde ich schon doof. Ich weiß nicht, was da bei mir irgendwie falsch verkabelt ist oder es ist einfach so, ich stehe da nicht so drauf. Und ich habe das auch mal einem damaligen Partner gesagt und der hat es dann auch gemacht. Und ich lag auch, ich glaube meine Füße waren nicht gefesselt, aber meine Arme waren oben an diesem Bettgestell gefesselt. Und der hat versucht mich zu etchen. Und pass auf, ich bin dann heimlich gekommen. Und nein, warum? Ja, weil er hat ja die ganze Zeit verbal zu mir gesagt, du darfst nicht kommen. Und ich hatte es so horny gemacht, dass ich so diese Zuckungen bei meinem Orgasmus und dieses Stöhnen, was man sich, ich weiß nicht, ob es antrainiert ist oder so. Also ich lasse beim Orgasmus auch gerne ein bisschen los. Habe ich einfach so unterdrückt. Ich habe keinen Pieps gemacht. Ich habe versucht, meine Knie und meine Oberschenkel nicht zittern zu lassen. Und ich glaube, er hat in dem Moment auch nicht hingeschaut. Weil wahrscheinlich hätte er dann so meine Vulva so pulsieren. Ist er damit durchgekommen? Ja, ja. Hätte er so die Vulva eben so pulsieren sehen. Er ist einfach heimlich gekommen. Ups. Tut mir leid. Also das geht auch. Jetzt kann man natürlich ihm vielleicht vorwerfen, dass er das nicht, dass er, wenn er mich gut genug gekannt hätte, das gesehen hätte. Aber mei. Ich finde das ganze Thema ja ehrlich gesagt total spannend, weil ich glaube, dass in vielen von uns das schon schlummert. So ein bisschen SM, dass man das auch mal ausprobieren will. Und ich verbinde das nicht immer damit, dass man jemand anderem Schmerzen zufügen will. Also schlagen oder so. Das muss auch nicht immer jemand festgebunden werden. Aber diese Machtspiele. Und obwohl ich nicht gerne die Kontrolle abgebe, mag ich diese Machtspiele schon ganz gerne. Und ich glaube, dass Edging deswegen auch so trendet, wenn man sich so ein bisschen im Internet umguckt, weil das so ein guter Einstieg in dieses Thema ist. Weil du brauchst im Grunde eigentlich keine Accessoires, du brauchst keine Fesseln, keine Augenbinden, keine Peitschen, sonst irgendwas. Du musst niemandem wirklich wehtun. Es mag dann ein mentaler Schmerz sein vielleicht oder ein Frustgefühl. Aber es ist so ein softer, guter Einstieg, finde ich. Also ich finde das ein total spannendes Thema. Und ich bin super gespannt, was unsere Domina dazu sagen wird. Soll ich, weil es gerade so schön passt, nochmal kurz sagen, wie viele aus der Community Edging schon mal gemacht haben? Ich hatte ja die Umfrage gemacht. Das passt hier perfekt rein. Und zwar habe ich gefragt, habt ihr Edging schon mal ausprobiert? Und ich habe ihnen vier Antworten gegeben. Ja, nur an mir, an mir und an anderen, nur an anderen oder nein, überhaupt nicht. Es haben über 2200 Menschen mitgemacht. Und ja, aber nur an mir haben es 31 Prozent schon mal gemacht, also nur solo. An mir und an anderen 33 Prozent, auch sehr viel. Nur an anderen 10 Prozent und überhaupt nicht 26 Prozent. Also haben ein Drittel das schon an sich und an anderen gemacht und das andere Drittel auch an sich selber. Also sehr viele Leute haben das schon mal ausprobiert. Cool, finde ich spannend. Also hätte ich nicht gedacht, dass das, also ich weiß, dass das so ein Trend im sexuellen Bereich ist. Man liest immer mehr dazu, hört immer mehr dazu. Aber dass es dann doch so viele schon gemacht haben, finde ich, ja, überraschend. Aber ihr lernt jetzt bestimmt trotzdem nochmal was dazu, wenn wir unsere Domina dazu holen. Und zwar können wir das ja jetzt mal machen. Die wundervolle Lady Velvet Steel aus dem Studio Lux in Berlin. Ein ganz kurzes Hallo von mir aus dem Schnitt. Wir hatten leider ziemliche Probleme mit der Totspur von Lady Velvet Steel. Deswegen klingt die ein bisschen dumpf. Ich habe mein Bestes getan, was ich in der Post-Production rausholen konnte. Ich bitte um Verzeihung oder wir bitten um Verzeihung. Bleibt unbedingt dran an das, was Lady Velvet Steel gesagt hat. War wirklich wundervoll. Und wie hat Josi gestern so schön gesagt, man gewöhnt sich auch irgendwann dran. Hallo und schön, dass ihr mich habt. Um dich kurz mal vorzustellen. Du bist eine, ich fand den Begriff so lustig, klassische Domina. Kannst du mal ganz kurz erklären, was eine klassische Domina ist? Ja, da steigen wir gleich mal tief ein in SM-Marketing für Profis in Deutschland. Die klassische Domina ist das, was man sich, ich würde mal sagen, 1980 unter einer Domina vorgestellt hat. Unberührbar, keine sexuelle Dienstleistung an der Domina selbst. So, dass über das Küssen der Füße oder das zarte Berühren des Oberschenkels hinausgeht, wenn es mal ganz dolle wehtut. SM, das wisst ihr sicherlich auch und habt ihr mit Sicherheit auch schon besprochen, ist ja ein ganz breites Spektrum. Und Sexualität gehört für viele Menschen da auch mit rein. Und um die ganze große Info ganz kurz zu machen, durch die Legalisierung der Sexarbeit in Deutschland, haben wir eine relativ einzigartige Möglichkeit, SM auch nochmal ganz anders zu bewerben. Und es brauchte dann irgendwann mal so eine Möglichkeit, auch diesen mehr erotischen SM darzustellen. Und so hat sich sozusagen die Bizarre Lady oder die bizarre Dienstleistung entwickelt. Also SM mit irgendeiner Form von Sexualität verbunden, wo beide Beteiligte irgendwie sexuell miteinander sind. Und die traditionelle, die klassische Domina, das ist der Bereich, in dem ich mich eher zu Hause finde. An mir kannst du keine sexuellen Dienstleistungen buchen. Außer mich überkommt es gerade in der Session und ich habe Lust und es passt für uns beide. Aber das gehört nicht zu meinem käuflichen Angebot. Und so, das ist so ganz kurz zusammengefasst. Ach, voll spannend. Vielleicht müssen wir nochmal eine Folge über Dominas aufnehmen. Kann ich nur empfehlen. Total spannend. Ich wusste das gar nicht. Wir haben dich ja auch eingeladen, um mit dir über das Thema Edging zu sprechen. Wie oft begegnet dir das denn in deiner Praxis? Also wie oft wird das verlangt? Und ist das quasi dein täglich Brot oder eher eine Seltenheit? Also es kommt schon häufiger vor, dass es auch in Sessions angewendet wird. Also das ist jetzt nicht immer nur so, dass du so einen Katalog hast, wo du sagst, heute machen wir Edging und ein bisschen CBT und ein bisschen Boybusting, ein bisschen Fesseln und so. Und daraus erstelle ich eine Session, sondern die Sessions funktionieren sehr viel nach, wer bist du, warum kommst du zu mir, was möchtest du gerne erleben? Und daraus kreieren wir dann quasi ein Szenario. Und da kann natürlich Edging auch Teil davon sein. Ich würde schon sagen, es gehört zu den üblicheren Techniken, die öfter vorkommen und nicht so außergewöhnlich sind. Edging an sich ist ja das bis kurz vor den Orgasmus bringen, aber den Orgasmus nicht gönnen. Und fällt dann unter dieses ganz große Thema Orgasmuskontrolle. Und diese Kontrolle oder den Verlust der Kontrolle und diese Macht abgeben an eine andere Person ist ja sozusagen unser täglich Brot. So, das ist ja so ein bisschen die Fantasie, wenn man zu einer dominanten Person in die Session geht und hat da oft den Platz. Als explizites macht man nur eine Stunde Edging mit mir. Das ist eher selten, weil das muss man auch vom Stamina her aushalten. Aber in Sessions wird es oft angewendet. Uns hat ein Hörer geschrieben und ich musste bei der Folge extrem schmunzeln, weil er hat einfach nur die Frage geschrieben, wieso macht man das? Und ich fand das eine ganz lustige, einfach nur so eine naive Frage, die ich dir gerne stellen würde. Was würdest du darauf antworten, wenn ich jemanden fragen würde, warum macht man das, dieses Edging? Manche Leute finden es total spannend, die Kontrolle über ihre eigene Sexualität abzugeben. Und gerade so über diese Kontrolle der Lust, das rauszuzögern. Man möchte kommen, man möchte jetzt unbedingt einen Orgasmus erleben und dann geht es nicht, weil die Person lässt einen nicht. Die Lust wird aber immer weiter aufgebaut und dann steigert sich das immer mehr. Das heißt, durch dieses Versagen, dieses finalen Abschlusses können wir entweder mehr Lust gewinnen schaffen, andererseits können wir natürlich auch sozusagen das als Foltermethode einsetzen. Du möchtest jetzt unbedingt, aber ich lasse dich nicht. Und das kann so weit gehen, bis zu einem sogenannten ruinierten Orgasmus, dass ich das Edging so lange und so weit herauszögere, dass irgendwann ein Orgasmus auch physisch gar nicht mehr richtig möglich ist oder sich einfach nicht mehr so gut anfühlt, weil diese ganzen Hormone, dieses ganze Gefühl sich schon komplett irgendwie verbraucht hat. Und ja, das finden Leute spannend. Machtaufgabe, Luststeigerung, das sind so die großen Punkte. Ich habe ja auch gelesen, dass man, wenn man durch das Edging, dass die Orgasmen, die man dann hat, dass die viel intensiver sind. Erlebst du das bei deinen Kunden auch? Ja, durchaus. Also diese Steigerung des Lustgewinns ist auf jeden Fall ein großer, großer Punkt. Theoretisch könnte man das ja auch bei der Masturbation ausprobieren. Also wer mal so ganz Lust hat, so soft so ein bisschen einzusteigen in Edging, kann sich einfach mal selbst beim Handanlegen den Orgasmus versagen oder einfach immer kurz vorher aufhören und das immer weitermachen, um das mal so ein bisschen zu erforschen. Oder Techniken, die ich da auch gerne anwende, ist also besonders sanft. Oder mal mit der anderen Hand oder mal mit einem Instrument und so weiter, das eher sanfter ist, als das man normalerweise benutzt. Und um einfach diese Erregungskurve ziemlich lang zu ziehen. Und dann wird man womöglich einen intensiveren Orgasmus erleben. Und wenn das bei einem selbst so ist, dann könnte man auch Edging ziemlich gut finden. Machst du Edging auch bei weiblichen Kunden? Also der große Unterschied zwischen cis-männlichen Klienten und allen anderen ist eigentlich der, dass die Sexualität oder die Erfüllung durch den Orgasmus nicht so im Mittelpunkt steht. Oder oft nicht so im Mittelpunkt steht. Also es kommt seltener vor. Wir bearbeiten da ganz oft intensivere, SM-lastigere Themen. Da geht es also tatsächlich mehr um dieses Ausgeliefertsein, Schmerzerleben und so weiter. Ganz oft ist Sex mit Ergebnis-Orgasmus auch gar nicht so wichtig. Einfach weil das vielleicht auch zum Lustgewinn gar nicht so dazugehört. Aber es kommt schon auch mal vor, dass eine Frau vorbeikommt und sagt so, ja, hier, lass mich nicht, mach mich heiß, aber gib es mir nicht so. Aber das ist wirklich schon sagen, ist die Ausnahme. Das mag vielleicht aber auch daran liegen, dass das auch was ist, was man auch sehr einfach in die private Sexualität einbauen kann, gerade von weiblicher Seite aus. Ja, das kann ich bestätigen. Das mache ich auch. Also was heißt manchmal freiwillig, manchmal unfreiwillig. Aber dazu kommen wir nachher noch. Ja, da würde ich jetzt gerne mehr dazu sagen. Mich würde mal interessieren, was ist denn so das Limit, das du mal geknackt hast bei so einer Session? Also wie oft kannst du jemanden kurz vor deinen Orgasmus bringen und dann doch nicht? Hat das eine Grenze? Das ist so eine schwierige Frage. Das ist ein bisschen wie, wenn du Leute so grundsätzlich fragst, wie oft am Stück kannst du einen Marathon laufen? Und das hängt so ein bisschen davon ab, bist du überhaupt Läufer? Hast du Training? Macht dir das überhaupt Spaß? Und bei Menschen mit Penis ist dann halt oft auch die Frage, wie oft kannst du denn auch einen Orgasmus haben? Oder kannst du, wenn du einmal einen ruinierten Orgasmus oder einen Orgasmus hattest, gleich nochmal? Leute, die diese Fähigkeit haben, die kann man normalerweise länger und intensiver etchen. Aber es kommt da jetzt auch nicht so auf diesen olympischen Gedanken an, wie oft und wie lange, sondern die Intensität ist jetzt nicht unbedingt dem geschuldet, wie lang das ist. Das ist also eine sehr persönliche Sache. Wie ist die Person so drauf? Wie ist das Setting? Wie toll findet sie mich gerade in dem Moment? Oder die andere Person, die dabei ist und so weiter und so fort. Und wie passt das auch gerade in diesen Moment, den wir geschaffen haben? Also Tagesform, das sind alles so Fragen, wovon es abhängig ist. Das kann schon mal eine Stunde gehen. Für manche Leute ist das aber schon große Folter, wenn das zwei Minuten geht. Also wie groß ist auch die Frustrationstoleranz und die Freude an der eigenen Frustration? Wenn du das an anderen Menschen praktizierst, Frau, Mann und alles dazwischen, wie fühlt sich das für dich an? Kannst du das beschreiben? Ich mag es unglaublich gern in den Sessions, wenn ich wirklich merke, ich habe jetzt die Kontrolle über das Erleben und diesen Raum, in dem sich diese Menschen jetzt befinden. Und insofern ist Etching natürlich eine sehr nice Möglichkeit, wenig invasiv, also ich muss da nicht das große Geschirr auspacken und viele Schmerzen verursachen und so weiter, sehr schnell eine sehr starke Kontrolle über einen Teilbereich dieser Person zu erreichen, der sich andersrum für die Person sehr umfassend anfühlt, weil die Lust steht dann plötzlich sehr deutlich im Vordergrund, die kleinste Bewegung, die ich mache, jedes Wort, das ich spreche. Und das ist natürlich unglaublich anregend. Einerseits aus einer emotional zugewandten Seite raus, andererseits vergnügele ich mich dann auch an den Reaktionen, an dem Betteln und so weiter. Also das ist der Moment, wenn ich merke, ich habe dich jetzt und jetzt habe ich dich völlig in deiner Hand, ist etwas, aus dem ich großen Genuss ziehen kann. Das macht mir große Freude, vor allem halt auch, das gibt mir halt direkt dieses Feedback. Ich muss nicht raten und hinterher fragen, wie fandest du das, sondern ich sehe sofort, ob es funktioniert oder nicht. Das ist natürlich auch nice. Wie kann ich denn zu Hause als Paar in dieses Thema einsteigen? Also wir haben das noch nie gemacht zu Hause. Wir wollen das jetzt mal ausprobieren. Männlein, Weiblein, wie packt man das an? Also sie möchte ihn zum Orgasmus bringen und kurz vorher ihm den Orgasmus versagen. Ja, der erste Tipp, den ich euch geben kann, ist, ihr müsst euch über eure Sexualität austauschen. Fragen, die du gut beantworten musst, sind dann zum Beispiel so Sachen wie, wie kriege ich dich denn überhaupt zum Orgasmus? Und welche Technik hast du denn am liebsten? Wie funktioniert das für dich? Was brauchst du, um dich in dieses Gefühl zu begeben? Da ist für viele schon mal so eine ganz große Hürde. Erstmal das Gespräch zu finden und explizit zu sprechen, das hilft ungemein. Du kannst natürlich auch einfach drauf loslegen und aufs Beste hoffen. Das kann auch zu einem Ergebnis führen, aber es ist besser, wenn ihr genau darüber sprecht, was macht dich denn eigentlich an? Wie kriege ich ihn hoch? Und so weiter und so fort. Und wie willst du angefasst werden? Vielleicht guckst du dir mal die Masturbation an. Vielleicht nimmst du dir die Erfahrungen aus vergangenen sexuellen Aktivitäten, die ihr zusammen hattet. Und dann wäre es auch noch wichtig zu wissen, was interessiert dich denn daran? Also warum möchtest du das mit mir erleben? Warum sollen wir das machen? Vielleicht willst du das machen, um auch mal diese Macht auszuüben. Vielleicht möchte die andere Person das mit dir erleben, weil sie gerne mal ganz intensiv in dieses Orgasmusgefühl, also was auch immer diese Gründe sind. Das ist gut zu wissen. Das kann dir helfen. Alles, was so ein bisschen mit Frustration und Ausgeliefertsein zu tun hat, würde ich empfehlen, mit einer leichten Fixierung auf irgendeine Art und Weise zu machen. Ich kann natürlich meinem Spielpartner empfehlen, bewege dich nicht, ich mache das. Manchmal haben die sich nicht so gut unter Kontrolle. Vor allem dann, wenn ich meine Arbeit gut mache, dann ist es natürlich nice, wenn ich die Kontrolle auch wegnehme. Und dann gibt es da gar keine Frage, sie sind mir ausgeliefert. Also das sind alles Sachen, die musst du im Vorfeld abklären. Egal mit welchen Genitalien du arbeitest, hab auf jeden Fall gutes Kleidgel ohne weitere Zusatzstoffe wie erregenden Kram oder rauszögerndes Zeug und so. Damit kannst du später experimentieren, wenn du schon ein bisschen Edging-Erfahrung hast. Am Anfang ist die Technik wichtig. Und dann nehmt euch Zeit, entspannt euch und gib ihm. Oder halt auch nicht. Du musst natürlich auch genau wissen, wie baut sich der Orgasmus auf? Wie funktioniert die körperliche Kommunikation? Also wie ist die Atmung? Verändert sich der Muskeltonus? Also spannt sich die Person an, kurz bevor sie kommt? Wird sie verbal? Wird sie nonverbal? Wird anders gestöhnt? Und so weiter, dass du halt erkennst die Anzeichen für, ich bin so ganz kurz davor. Am Anfang wird dir wahrscheinlich auch passieren, dass die Person dann zu schnell kommt und du wolltest das eigentlich noch gar nicht. Das sind dann so Mikroanzeichen, die man sich erstmal aneignen muss. Das kleine Pulsieren im Skrotum und so weiter, wie der Schwanz sich verändert, ein bestimmtes Zucken, eine bestimmte Atmung und so. Und das musst du relativ schnell erkennen können und dann aber auch selbst nicht weitermachen. Für die Zuhörer, sie lächelt gerade ganz verschmittelt. Aber so wie du das gerade erzählst, klingt es für mich wirklich so, dass man das eigentlich am besten in Anführungszeichen mit einer Person machen kann, die man einfach kennt. Also zu der man, mit der man schon Sex hatte, zu der man, also ob jetzt in Beziehung oder was auch immer, welche Form, wo man genau diese kleinen Trigger, dieses Zucken des Penises in die eine Richtung, der eine Stöhner vorm Orgasmus, dass man den kennt. Das ist eigentlich so. Ja, natürlich ist Sex immer geiler, wenn du die Person gut kennst. Klar, also Lovers von One-Night-Stands und Gloryhole-Fetischisten mal außen vor gelassen. Mehr intime Connection oder mehr Kennen des anderen Körpers, mehr Erfahrungen, die man da persönlich gesammelt hat, ist natürlich hilfreich, gerade im Bereich des Edgings. Oder wahnsinnig viele Erfahrungen mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen. Was auch helfen kann, ist, je nachdem wie eure Dynamik ist, dass du der Person einfach sagst, bevor du kommst, sagst du mir Bescheid. Das ist jetzt dein Befehl, das ist deine Aufgabe, das musst du tun. Du musst mich immer um Erlaubnis bitten. Das machen wir im SM-Kontext zum Beispiel gern, wenn wir mit Hierarchien spielen. Dann gehört der Orgasmus der unterlegenen Person mir. Also Subs-Orgasmus ist meiner und ich gestatte den. Und dazu gehört, dass ich dich betteln lasse zum Beispiel. Oder du um Erlaubnis fragst. Dann habe ich natürlich einen verbalen Cue, der ein bisschen deutlicher ist. Das ist aber nochmal eine andere Dynamik, als wenn ich komplett die Kontrolle übernehme und das alles selbst entscheide. Weil durch den Cue, den ich von der anderen Person verlange, ähnlich wie ein Save-Wort, zwinge ich die Person natürlich auch immer dazu, präsent zu sein und Feedback zu geben. Vielleicht möchte ich sie ja auch in einer Situation haben, in der das Feedback gar nicht mehr so einfach zu äußern ist. Weil die Geilheit viel zu groß ist zum Beispiel. Und da ist natürlich auch gut, wenn ich das schon mal erfahren habe, wie das funktioniert. Aber du kannst auch gute Erfolge haben mit einer ganz unbekannten Person, wenn du sehr aufmerksam bist und viel grundsätzlich über körperliche Orgasmen weißt. Also Übungen macht die Edging-Meisterin. Das ist jetzt vielleicht eine bisschen schwierige Frage, aber was ist denn der perfekte Zeitpunkt, um aufzuhören? Ist das so ein Mikrosekündchen, bevor die andere Person kommen würde oder höre ich schon viel weiter vorne auf? Also viel früher? Wenn ich wenig Zeit habe für das Edging oder nur einmal den Orgasmus versagen und dann wenden wir uns was anderem zu, dann würde ich wirklich bis ganz kurz vor knapp an der Kante warten und hoffen, dass ich den Punkt erwische. Wenn ich eine längere Edging-Session habe, dann höre ich die ersten Male viel früher auf. Das heißt, ich baue die Intensität auch immer mehr auf. Das heißt, ich beginne zu stimulieren, steigere die Erregung. Vielleicht nur bis auf, wenn wir jetzt technisch das nehmen, von 0 auf 100 Prozent. 100 Prozent ist der Orgasmus. Dann fange ich beim ersten Mal an, nur so ein bisschen leichte Erregung. Nach 15 Prozent höre ich auf mit der Stimulation, mache irgendwas anderes. Dann steige ich wieder ein und dann gehe ich auf 20 Prozent und so weiter. Und dann nähere ich mich immer weiter an. Das heißt, ich verkürze den Abstand zwischen Aufhören, Stimulieren und Orgasmus immer mehr bei jedem neuen Versuch, den ich mache. Und dann kann ich da eine sehr lange, sehr intensive Edging-Session draus machen. Wenn ich das aber nur so zum Schluss nochmal so als kleines Schmankerl einbaue, dann würde ich schon versuchen, bis ganz kurz vor den Orgasmus zu gehen. Und dann kann man damit auch so ein bisschen trietzen, also so ein bisschen reizen, also nur so andeuten. Ich ätsche dich jetzt gleich, hörts gleich auf zu wichsen. Dann hörst du im gleichen kurzen Moment auf, machst dann aber weiter. Also du nimmst die Orgasmusfähigkeit nicht weg, du verzögerst das nur ein bisschen. Also du kannst da ein bisschen spielen wie der Virtuose mit seinem Orchester. Aus der Community kam auch die Frage, wie lange sollen die, also du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen erklärt, dass du diese Intensität dann steigerst, dass es immer mehr wird und auch die Abstände kürzer. Weil ein Hörer hat uns nämlich auch gefragt, wie lange die Pausen dazwischen sein sollen, zwischen diesen Attempts zum Orgasmus und dann davor aufzuhören. Da gibt es wahrscheinlich auch keine eine Antwort, sondern das ist so ein bisschen, wie viel Macht man ausüben will wahrscheinlich, oder? Ja, also wenn du jetzt möchtest, dass ich sozusagen so einen Sekundenschart habe mit Stoppuhr und dann kannst du dir die Uhr stellen und bieb, bieb und so, damit kann ich dir nicht dienen, außer du hast einen Turnlehrer-Fetisch. Ich würde sagen, das Wichtige ist, dass du wirklich den Körper deiner Partner gut kennst. So, weil das gibt den Auskunft, also wenn ich sage im Vorfeld, du musst zum Beispiel wissen, kannst du nach einmal Orgasmus gleich wieder sexuelle Handlungen ausführen oder musst du erstmal komplett Abstand nehmen? Ist der Orgasmus sehr intensiv oder eher leichter und baut sich mit der Zeit, je nach der Anzahl der Orgasmen auf und so weiter? Also das gibt dir alles Auskunft darüber, wie lange Zeit du für die Erfohlungsphase brauchst. Also wenn ich wieder mit meiner 0-100%-Kurve ankomme, ich ätsche sozusagen bis 90%, dann versage ich den Orgasmus. Je länger ich warte, umso mehr Stimulation muss ich wieder reingeben. Wenn ich zu lange warte, komme ich irgendwann in diesen, die Erregung ist jetzt grundsätzlich für mich vorbei, die Frustration setzt ein, Zone, dann habe ich zu lange gewartet. Das hängt aber sehr davon ab, wie, was spielt ihr gerade, wer ist da gegenüber, wie funktioniert die Sexualität, wie passt das irgendwie so rein. Es sind vielleicht andere Methoden der Stimulierung da, wenn ich jetzt irgendwie noch Elektropads an andere Körperstellen klebe, die auch weitermachen, vielleicht steckt auch irgendwas im Hintern, das vibriert oder so und andere Stimulationen passiert, dann muss ich wahrscheinlich eine längere Pause machen. Als wenn es wirklich nur um die Handarbeit geht. Ich finde das gut, dass du das gerade angesprochen hast mit dem vibrierenden Toy im Hintern, weil ich mich auch gefragt habe, was macht man denn in dieser Pause? Wenn man jetzt nicht wie du vielleicht so ein gut ausgerüstetes Studio zur Verfügung hat und nicht ganz so viel Erfahrung hat, da sitzt jetzt Anna und Peter sitzen dann auf ihrem Bett und jetzt hat sie zu wichsen aufgehört und dann, was nu? Also, wie füllt man diese Lücke? Anna könnte sich zum Beispiel damit beschäftigen, dass sie sich an Peters Reaktion ergötzt, weil Peter möchte ja jetzt unbedingt spritzen. Das funktioniert ja alles nicht im luftleeren Raum, die beiden haben ja eine Dynamik. Vielleicht sitzt Anna auf Peter, vielleicht nutzt sie dir die Zeit der Nichtstimulation, um sich oral befriedigen zu lassen. Also eine gute Methode, um Etching auch durchzuführen wäre zum Beispiel, dass ich die mit so einer leichten Atemkontrolle verbinde. So nach dem Motto, ich wichse dich nur, solange ich auf deinem Gesicht sitzen kann. Sobald du aber Luft brauchst, höre ich auf zu wichsen. So, dann haben wir so eine klassische Predikament-Situation, ne? Will ich atmen oder will ich stimuliert werden? So, irgendwann muss ich mich natürlich fürs Atmen entscheiden. Und dann ist natürlich schon ganz klar, weil du bist damit beschäftigt, Sauerstoff zu bekommen, während ich dich nicht stimuliere. Ich erzähle dir, wie geil du mich gerade geleckt hast zum Beispiel. Also du kannst natürlich dann auch Dirty Talk einbauen. Man muss sich da so ein bisschen davon verabschieden, dass das so ein ganz klinisches Setting ist, dass der Patient auf dem Bett liegt und ich sitze dann daneben in meinem Labcoat mit meiner Stoppuhr und einer Überwachungskamera. Und dann wird da hier so nach Checkbook irgendwie gemacht und dazwischen sitzen wir da und drehen Däumchen. Das kann erotisch sein, wenn klinisch dein Fetisch ist und du gerne ein Testobjekt sein willst. Aber ihr macht ja auch Sachen zusammen. Sei ein bisschen kreativ. Man könnte Leuten auch dazwischen den Fuß in den Mund stecken oder sich selbst in der Zwischenzeit ein wenig befriedigen. Weil warum sollst du nur so den Spaß haben? Ich sitze doch hier auch und möchte ein wenig davon abhaben. Kann man Edging, wir haben jetzt für Edging immer diese Szene, einen runterholen benutzt. Kann man Edging ja theoretisch aber auch mit einem Blowjob betreiben? Oder mit einer Prostata-Massage anal? Das ist ja eigentlich das gleiche Spiel letztendlich, oder? Im Prinzip kannst du das auch direkt beim Geschlechtsverhalten, also bei aller Art von Penetration natürlich auch ganz genauso machen. Also egal wie, es ist jetzt nicht immer nur die Handarbeit. Das kommt bei mir als klassischer Domina halt ganz, ganz oft vor. Deswegen ist mir das sehr präsent. Aber du hast vollkommen recht. Natürlich, Blowjob, alles, wo du irgendwie damit beschäftigt bist, eigentlich einen Orgasmus zu verursachen und dann halt entsprechend das rauszuzögern funktioniert. Meiner Erfahrung nach ist die Prostata-Massage nicht ganz so gut geeignet, weil sich der Orgasmus wesentlich langsamer anschleicht, aber dann wesentlich breiter stattfindet. Das heißt, es ist sehr viel mühsamer und braucht sehr viel diffizileres Gespür. Aber es ist nicht unmöglich. Würde ich nicht als erstes tun. Jemanden wirklich mit einer puren Prostata-Massage zum Kommen zu bekommen, ist ja wirklich Kunst. Also das habe ich auch noch nie geschafft, ehrlich gesagt. Wie funktioniert denn gutes Edging bei Frauen? Also wenn ich als Mann meine Frau jetzt mal damit verwöhnen will. Im Prinzip wahrscheinlich ähnlich, wie du es gerade schon andersrum erklärt hast, oder? Oder muss man da auf andere Sachen achten? Also ich würde beim Edging mit Frauen nochmal allen den großen Tipp geben, sich nochmal wirklich sehr gut mit dem Orgasmus der Partnerperson auseinanderzusetzen. Wenn ich mit Menschen beider Geschlechter spiele, finde ich Menschen mit Schwanz immer sehr viel leichter zum Orgasmus zu bringen, weil die Möglichkeiten einfacher sind. So, da ist Schwanz, da ist Eichel, da gibt es bestimmte Punkte und dann hat sich die Sache schon erledigt. So, und irgendwas davon funktioniert immer und zur Not gibt es auch immer noch ein bisschen Vibrationen. Und das funktioniert in 98 Prozent der Fällen. Wenn ich mit Frauen spiele oder Menschen mit Vagina und Vulva, komme ich relativ schnell in sehr viele Möglichkeiten. Wie funktioniert der Aufbau des Orgasmus? Brauche ich dazu eine bestimmte Art der Körperhaltung? Fange ich an über die Vulvalippen? Kann ich direkt an die Klitt ran? Gehe ich nur in die Spitze, an die Eichel? Oder gehe ich auch ein bisschen tiefer? Penetration? Ja oder nein? Wenn, ja, wann? Und so weiter. Also das ist nochmal, da kommen mehr Komplexitäten dazu. Das heißt, du musst dich noch viel intensiver mit dem Orgasmus der Partnerperson auseinandersetzen. Das heißt, du musst mehr darüber lernen, wie kriege ich dich denn überhaupt zum Orgasmus? Bevor du drüber nachdenken kannst, und zwar zuverlässig und oft. Bevor du drüber nachdenken kannst, wie kann ich dich von einem guten Orgasmus abhalten? Weil leider Gottes ist das normalerweise eher so der Status quo. Sehr wahr. Leider sehr wahr. Weil mich frustriert das ja. Also ich glaube zum Beispiel, Edging ist überhaupt gar keine Technik für mich. Weil für mich ist es wahnsinnig schwierig, überhaupt zum Orgasmus zu kommen. Und wenn ich mir vorstelle, die wenigen Male, dann muss ich eh schon drauf verzichten. Oder würde mir dann das auch noch vorenthalten? Ich glaube, ich würde ausflippen. Ja. Not in a good way. Not in a good way, ja. Das haben uns ein paar Leute geschrieben, ein paar Männer, aber auch viele Frauen. Und zwar, und ich kenne das auch, dass man sich das so lange verweigert, bis man dann nicht mehr kommen kann. Also gar nicht mehr. Das ist ja dieser versauter Orgasmus. Ja. Wie kann man das verhindern, wenn das nicht sein Ziel ist? Also muss man einfach auf seinen eigenen Körper mehr hören, wenn man es sich jetzt selber macht, dass man nicht in diese Überstimulierung reinkommt? Oder hast du da irgendwie Tipps oder so Erfahrungen mit? Ja, du hast es im Prinzip schon gesagt. Du musst natürlich auf deinen Körper achten und im Zweifelsfall kommst du halt auch einfach irgendwann mal. Also gönn dir. Aber das ist halt auch so eine Sache, du weißt halt erst mitunter durch die Erfahrung, was ist denn eigentlich zu viel? Und dann musst du erst mal feststellen, ob dir ruinierte Orgasmen überhaupt liegen oder nicht. Wenn du die doof findest, würde ich sagen, dann geh mal langsamer ans weitere Edging und lass dir auch mal einen Orgasmus zu. Womöglich gehörst du dann auch zu den Leuten, die vielleicht nach einem Orgasmus oder einem Nicht-Orgasmus, also ein ruinierter Orgasmus ist auch irgendwie so eine Art von Orgasmus, nur halt nicht so befriedigend. Wahrscheinlich sind schon irgendwelche Weicher, irgendwelche Glückshormone und so weiter komplett ausgeschüttet und so weiter. Es geht einfach nicht mehr. Und es ist nicht mehr schön. Es passiert schon irgendwas, aber es ist nicht mehr schön. Vielleicht ein trockener Orgasmus bei Männern und so. Ja, ich persönlich empfinde es nur als einfach wie so ein Krampf, ohne dieses... Und manche Leute finden das cool und danach geht es weiter und dann kannst du auch ganz viele Orgasmen haben. Oder wenn der Krampf dann kommt und es macht dann so... Anstelle juhu, jihi. Und es ist vorbei, dann musst du halt versuchen, gerade noch die letzte Welle irgendwie so mitzunehmen. Oder dir einfach nochmal ein bisschen länger, nochmal einen Schritt zurück, sanftere Erregungsphase im Anschluss nochmal zu gönnen, um halt nochmal da ranzukommen. Das kann manchmal auch gut klappen. Ich kenne es auch, dass die Klitoris irgendwann so überstimuliert ist, wenn du da auch nur dich anfässt, dann ist schon so... Da muss man, ja, das ist ein guter Tipp, ein bisschen einfach low. Jetzt nicht noch was Vibrierendes drauflegen, dann gleich automatisch. Kann denn Edging auch irgendwelche... Also kann das auch gefährlich sein? Also es wäre mir noch nicht untergekommen. Gute Frage, habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, weil das so eine Technik ist. Also spontan würde mir anfangen, dass die Leute richtig Lust drauf haben und dann gar keinen anderen Sex mehr haben wollen. Also man wird süchtig nach Edging. Ich könnte mir vorstellen, dass durch dieses angespannte Versuchen, einen Orgasmus zu bekommen, vielleicht ähnliche Risiken entstehen könnten, wenn man sich versucht, dann körperlich zu zwingen und so einen Druck aufzubauen, wie man versucht, eine Verstopfung so richtig krass loszuwerden. Aber das ist jetzt ein bisschen geraten. Also das wäre mir noch nicht irgendwie... Also ich glaube, die Nebenwirkungen könnten höchstens sein, dass man sich besonders gut mit seinen eigenen Orgasmen auseinandersetzt und der Art der Stimulation, auf die man steht. Aber das wäre ja eher gut. Körperliche Nachteile andererseits wäre mir da jetzt nicht so bekannt. Also jetzt ist es nicht so, man nutzt weder irgendwas ab, noch nimmt man sich irgendwie dann eine bestimmte Anzahl... Die sind ja nicht begrenzt, die Orgasme, die man haben kann. Man ist ja nicht irgendwann fertig und dann hat man keine mehr und kriegt keine mehr hoch oder kann nicht mehr kommen oder so. Also ich würde mich aus dem Fenster legen und sagen nein. Und ein Samenstau ist ja auch so ein Mysterium eigentlich nur, weil ja das Sperma sich wieder abbaut, wenn es zu lang... Ja, das ist... Also ich habe auch Leute über Monate in Keuschheitsgürteln und so, da platzt auch keiner. Okay. Und damit wäre das Argument der Blue Balls widerlegt. Ja, also Blue Balls kannst du schon auch haben, aber dann machen wir vorher Ballbusting. Das hat nicht zu viel Samen zu tun. Das Edging ist ja nur ein Element, nur eine Spielart von unzähligen, die uns ja zur Verfügung stehen. Wenn ein Paar sagt, sie möchten gerne anfangen, mit diesen Machtverhältnissen zu spielen oder er wünscht sich zum Beispiel erniedrigt zu werden. Was wäre denn außer dem Edging eine gute Möglichkeit, um sich so dem Thema anzunähern? Hm, also wenn Leute versuchen möchten, sich im SM-Bereich so ein bisschen auszuprobieren und sich dann eine Technik raussuchen oder einen bestimmten Bereich raussuchen, wie zum Beispiel Erniedrigung, Machtübergabe, Machtübernahme, Kontrolle und so weiter und mit Hierarchie-Ebenen arbeiten. Ich stehe über dir, du bist unter mir, deswegen erniedrige ich dich, du musst machen, was ich will und so weiter und so fort. Dieser ganze Themenkomplex. Zuerst macht es natürlich Sinn, dass wir uns so ein bisschen so Grundinformationen holen. SM ist kein Geheimnis mehr. Man kann sich ganz viele Informationen von überall her holen, sich Inspirationen verschaffen. Selbst in vielen Mainstream-Pornos und in vielen Mainstream-Situationen kann man sich da Dynamiken auch schon mal angucken, sich inspirieren lassen. Ich würde dazu appellieren, unterhaltet euch im Vorfeld drüber, worum geht's? Was ist daran erotisch für dich oder was ist daran anregend? Manchmal ist es ja auch nicht erotisch, sondern auf andere Weisen anregend. Und das erstmal versucht zu ergründen. Warum will ich das machen? Warum finde ich das spannend? Und der Grund zu sagen, ich mach das nur, damit meine Partnerperson was ausprobieren kann, wäre auch ein valider Grund. Vielleicht kein nachhaltiger. Aber dass ihr euch beide erstmal über die Gründe klar wärt. Ich mach das gern für dich, weil du gerne etwas erfahren möchtest über dich, deine Sexualität, deinen Körper, vielleicht dein vergangenes Trauma oder was auch immer die Gründe sind. Und dann könnt ihr euch da treffen und auf der Basis Dinge probieren. Und das gibt nämlich dann ganz oft schon bestimmte Vorgaben. Erniedrigung ist nämlich, also wenn ich es mal ganz, ganz kurz zusammenfasse, Erniedrigung kann funktionieren über die Abwertung der Körperlichkeit, genauso wie über die Abwertung des Charakters. Und das ist nicht synonym. Manche Leute finden es unglaublich großartig, zum Beispiel für ihre angebliche oder tatsächliche körperliche Unzulänglichkeit beschimpft zu werden. Ich sag da als Stichpunkt Kleinschwanz-Familiation, also die Erniedrigung des Kleinschwanzes. Und dabei ist es normalerweise völlig wurscht, wie groß der tatsächlich ist. Das ist natürlich der Kick dahinter so, du bist ungenügend und ich sag dir das. Und daraus, aus dieser Scham, die der erzeugt wird, suchst du Befriedigung oder findest du Befriedigung. Das ist was anderes, wenn ich jemand anderen dafür fertig mache, weil er als Person einfach ganz grässlich und grauenhaft ist. Zum Beispiel war ich den Nachbarn im Rollenspiel, in Anführungsstrichen. Wir spielen ein Rollenspiel, du bist der Nachbar und ich hab dich dabei erwischt, wie du in meiner Unterwäschenschublade herumschnüffelst. Und du bist ein hässlicher Spanner und deswegen beschimpfe ich dich. Das ist also, dann würde ich mir auf deinen Charakter gehen. Du schaffst es nicht, diszipliniert zu sein auf irgendeine Art und Weise. Und das finden andere Leute wiederum erotisch, aber ihr Körper ist ein sensibles Thema. Und das musst du ganz genau herausfinden, worum geht es denn eigentlich? Willst du nur ein Rollenspiel machen, wollen wir an deine richtige Scham ran und damit vielleicht unter Umständen auch was bearbeiten? Also es lässt sich eigentlich, was ich jetzt hier zusammenplaudere, ganz kurz zusammenfassen. Kommunikation ist eigentlich der Skill, der dahinter hängt und die muss immer zuerst kommen. Das ist unser Lieblingswort. Kommunikation. Wir haben eine Frage noch bekommen, auch jetzt nochmal zurück zum Edging, die ich interessant fand. Kann man frühzeitiges Kommen mit Edging abtrainieren? Puh, womöglich. Also es lohnt sich auszuprobieren. Also wenn das frühzeitige Kommen hat ja oft unterschiedliche Gründe. Wenn das frühzeitige Kommen jetzt eine starke Übersensibilität ist, die körperlich begründet ist, dann ist es sehr, sehr schwierig, das mit Edging zu machen. Weil ich muss natürlich dann entsprechend in meiner Stimulation auch ganz viel Intensität rausnehmen. Oder halt sozusagen durch diese konstante, sehr leichte Stimulation versuchen, einen Gewöhnungseffekt zu erzielen. Wenn das zu früh Kommen jetzt aber mit meiner Psyche zusammenhängt und durch die Aufregung und mein Verhalten während der Sexualität und wie es mir grundsätzlich so geht. Und ich einfach dann plötzlich, oh Gott, ich halte es nicht mehr aus, das macht mich alles so geil. Wohin nur mit dieser ganzen Emotion, schwupps, spritzt es aus mir heraus. Das ist wahrscheinlich einfacher, über Edging in den Griff zu kriegen. Weil wir natürlich dann sehr viel Selbstvertrauen in die gegenseitige Orgasmusfähigkeit geben. Weil wir womöglich viel üben und so eine Gewöhnung eintreten kann, würde ich jetzt mal sagen. Also lohnt sich auf jeden Fall auszuprobieren. Eine Frage habe ich noch zum Abschluss. Eine Frage habe ich noch. An dir wird ja nichts praktiziert als klassische Domian, das hast du anfangs ja erzählt. Aber praktizierst du Edging auch bei dir selber? Und wenn ja, gibt dir das irgendwas? Oder sagst du, ach, ich mache das so oft im Job, lass mich allein? Also zu meiner privaten Masturbation gehört es jetzt nicht unbedingt so als Standardtechnik dazu, aber kommt schon auch mal vor. Ja, so nach Lust und Laune, aber eher selten, weil meine Masturbation ist eher sehr zielorientiert. Dadurch, dass ich halt auch viel mit Sexualität sonst zu tun habe und auch ein sehr aktives Sexleben. Wenn es dann um meine eigene Befriedigung geht, in der eigenen Masturbation, da habe ich dann Bock, so jetzt möchte ich gerne einen Orgasmus. Und wenn, dann fälle ich aus. Aber es kann durchaus schon mal vorkommen und das ist natürlich auch super nice. Also du sagst das schon richtig, ist lustig, ne? Macht schon Freude, aber es ist natürlich auch nochmal anstrengender. Und ansonsten habe ich durchaus auch manchmal den Hang dazu, Sexualität auch rauszuzögern und dass wir lange die intime Zeit sehr schön miteinander verbringen können. Und das geht dann schon so in die Richtung Edging. Also da geht es dann eben nicht sofort, wir suchen jetzt eine Befriedigung und zwar so schnell wie möglich, sondern wir möchten jetzt möglichst lange miteinander spielen. Und wenn ich mit meinen privaten Supps zum Beispiel spiele, also ein Partnermensch von mir steht zum Beispiel sehr auf Mumifizierung und verpackt zu sein und sich nicht bewegen zu können. Und natürlich sorge ich dann dafür, wenn wir zusammen spielen, dass der Schwanz greifbar ist, an dem ich mich dann auch immer sehr gerne bediene. Und da kann ich dann natürlich auch meinen Körper sehr schön zum Edging einsetzen. Also für seinen Orgasmus, meinen gönne ich mir. Großartig. Vielen Dank, liebe Velvet, für diese anregenden Einblicke. Ich hoffe, unsere Hörer und Hörerinnen haben da ein bisschen was für sich mitgenommen. Ich fand es super spannend. Wir verlinken alle Infos zu dir in den Shownotes, wenn ihr lieben HörerInnen mal gucken wollt, was die Lady Velvet Steele so macht und euch das interessiert. Da führen wir euch in die richtige Richtung, versprochen. Genau. Und ja, mega danke, mega danke, mega großes Danke, dass du dir Zeit genommen hast. Und ja, danke schön, dass ihr mich hattet und mir so aufmerksam zugehört habt. Und ich hoffe, ihr HörerInnen habt auch alle Spaß damit. Unbedingt. Das war doch jetzt ein gutes Gespräch. Schön. Ich mag unsere Gäste. Ich will jetzt unbedingt mal eine Folge mit Dominas aufnehmen. Wir haben immer gute Leute hier. Ja, bis auf einen und von dem reden wir nicht mehr. Ja, aber schreibt uns mal, ob euch meine Folge mit einer Domina interessiert und was ihr so für Fragen hättet. Also was euch da interessiert und alles. Wir sind ja jetzt an der Quelle. Aber jetzt rollen wir, würde ich sagen, der guten, geilsten Community der Welt mal den roten Teppich aus, nämlich euch, ja. Ihr schreibt ja immer so fleißig und das finden wir so toll, wirklich. Wir freuen uns über jede Nachricht und die sind immer so positiv und mit vielen Details. Und ihr lasst uns da immer in eurem Sexleben teilhaben. Wir feiern's. Wir feiern das. Wir finden's wunderbar und es haben sehr viele Männer geschrieben. Edging hat ja Lady Velvet auch schon gesagt. Mehr ein Männerthema tatsächlich. Passt auch. So viele Männer haben schon lange nicht mehr geschrieben auf Aufrufe auf Instagram. Ich hatte nämlich gefragt, einfach so all in, habt ihr Geschichten, Erfahrungen zum Thema Edging? Genau. Die lesen wir jetzt vor. Wollen wir anfangen. Ja, auf jeden Fall. Ich starte mal, oder? Do it. Ein Mann hat geschrieben, hatten einen megaschönen Abend, es kam zum Sex und ich habe sie mit gewöhnlichen Sachen, also keinen bestimmten, stimuliert. Fingern, Lecken, Sex, alles normal eben. Ich spürte jedes Mal, wie sie kommen wollte und habe extra absichtlich aufgehört und woanders weitergemacht. Beim Fingern aufgehört und an der Brust weitergemacht, beim Lecken aufgehört und am Bauch und an den Innenschenkeln geküsst, beim Sex rausgezogen und normal geküsst und als sie dann langsam verzweifelt war, habe ich beschlossen, es bis zum Höhepunkt zu treiben und sie war so erregt und geil darauf zu kommen, dass sie sämtliche Hemmungen losließ und alles aus ihr rauskam. Geräusche, Flüssigkeiten, Gefühle und so weiter. Sie wurde so dermaßen feucht, es lief förmlich raus und am Ende war sie noch so neugierig und fragte, warum ich das alles gemacht habe. Meine Aussage darauf war, weil ich dich komplett genießen wollte und vor allem lange. Das klingt sehr schön. Sowas will ich auch, um das jetzt mal so als Fazit sagen zu können. Wegen Handtuch drunter. Ein Mann hat geschrieben, hey ihr Lieben, einer meiner krassesten Erfahrungen war mit meiner Frau. Ich bin gerne mal Devote und sie weiß, dass ich es liebe, geätscht zu werden. Es fing unter der Woche damit an, dass sie mir während der Arbeit geschrieben hat, ich solle doch aufs Klo gehen und mich selbst ätschen. Als gehorsamer Mann mache ich das natürlich. Das hat sie dann mehrere Male über den Tag verteilt wiederholt. Abends zu Hause angekommen, sollte ich mich direkt ausziehen, damit sie mich ätschen kann. Gesagt, getan. Wir haben den ganzen Abend damit verbracht, während der Hausarbeit, dem Kochen und dem anschließenden Filmeabend, den sie sich gewünscht hatte. Immer wieder musste ich mich selbst ätschen oder sie hat es gemacht. Als sie mir endlich signalisierte, dass sie gerne Sex hätte, dachte ich, nun ist meine Zeit gekommen. Sie sagte, wie schon öfter, ich darf erst kommen, wenn sie es mir erlaubt. Bis dahin sollte ich sie einfach nur hart ficken. Dies fiel mir nach dem langen Edging natürlich sehr schwer, aber ich wusste, dass ich ja kommen darf. Also gab ich alles und brachte sie mehrfach zum Orgasmus. Bis ich es nicht mehr aushielt und darum bettelte, endlich kommen zu dürfen. Sie sagte, ich soll eine kurze Pause machen und mich entspannen. Als wir dann so da lagen, lief ich regelrecht aus und sie meinte, dass ich heute nicht mehr kommen darf. Zunächst sehr frustrierend, aber auch unendlich geil. Die nächsten Tage wurde ich immer wieder geätscht und mein Körper wollte aus jeder Pore abspritzen. Aber ich durfte nicht, bis zum Wochenende, wie meine Frau mir sagte. Am Wochenende musste ich dann einen Cage anziehen und wir sind einkaufen gegangen. Meine Frau hatte außer ihrem engen Kleid und ein paar Sneakern nichts an. Das habe ich aber erst bemerkt, als sie in einem Einkaufsladen ihr Kleid hochzog und mir ihren wunderschönen nackten Körper präsentierte. Ich merkte, wie der Cage sehr eng wurde und sich mein Sperma breitmacht, aber ohne Erfolg. Ich war noch nie so horny wie in diesem Moment, dachte ich. Wir gingen weiter und in mir war alles durcheinander wie im Delirium. In einem Einkaufsladen nahm sie ein Teil, ging zur Garderobe und schleifte mich mit rein. Sie sagte, ich soll mich ganz ausziehen und vor sie knien. Als ich vor ihr kniete, zog sie ihr Kleid hoch, drückte meinen Kopf zwischen ihre Beine und ich durfte sie mit meinem Mund zum Orgasmus bringen. Ihr Geruch und ihr Geschmack hat mir den Rest gegeben. In dem Moment, als ich bemerkte, wie sie kommt und ihre Pussy noch feuchter wird, merkte ich, wie ich durch meinen Cage ohne Berührung komplett auf den Boden abspritzte. Ich hatte keinen richtigen Orgasmus, aber es war trotzdem ein viel befriedigenderes Gefühl als ein stumpfer Orgasmus beim Handjob oder so. Seitdem haben wir das fest in unserem Sexleben eingebaut und uns beiden bringt das jedes Mal immer wieder auf ein unbeschreibliches Geilheitslevel. Kann ich nur empfehlen. Liebe Grüße. Wow, das ist mal eine Session gewesen. Mein lieber Freund. Hui. Ich hatte richtig Mitleid mit seinen Eiern zwischendurch. Ich fand auch den Satz sehr schön, als er meinte, sein Körper wollte aus jeder Pore abspritzen. Aber klingt, als hätten die beiden tolles Sexleben. Hut ab. Ein Mann hat uns geschrieben, Zeit nehmen ist das A und O. Meine damalige Partnerin hat es genossen, mich übers Edging zum Orgasmus zu bringen. Es ist eine absolut sinnliche und tiefgehende Erfahrung, den Orgasmus so lange hinaus zu zögern, dass man beim eigentlichen Orgasmus denkt, man würde explodieren. Das Gefühl danach ist eine Mischung zwischen absoluter Leere und totaler Entspannung. Unbeschreiblich. Unbedingt ausprobieren. Ein Mann hat geschrieben, wenn ich mich etche, dann wird das Sperma viel flüssiger und vor allem viel mehr und auch mehr Druck. Es kam schon vor, dass ich beim Rausziehen, nachdem ich das Kondom entfernte, Missionar und wollte auf den Bauch spritzen, ihr Biss über ihre Haare gespritzt habe, war locker einen halben Meter weit, ist mir auch schon bei mir passiert, aber das braucht wirklich langes Etchen. Dafür ist der Orgasmus aber dann mega. Props to you. Ich würde ausflippen, wenn du mir das Sperma in die Haare beförderst, aber kommt drauf an, ob sie frisch gewaschen sind oder nicht. Ein Mann hat geschrieben. Was sind denn jetzt hier die Frauen? Naja. Ich habe doch gesagt, das sind ganz viele Männer. Ich lese ja schon. Hallo ihr zwei. Ich mache das am Sonntag sehr oft, dass ich zwei bis drei Stunden an mir rumspiele, bis ich zum Orgasmus komme. Ich liebe das Gefühl sehr kurz davor, immer wieder abzubrechen. Einfach toll, wenn man dann endlich zum Orgasmus kommt. Hm. Das ist ein gutes Sonntagsritual. Das ist schön. Wenn dann Leute fragen, wie war dein Wochenende so oder was hast du so gemacht? Zwei, drei Stunden an mir rumgespielt. Das ist eine solide Antwort. Ein Mann hat geschrieben. Funktioniert meist nur, wenn man sich richtig gut kennt, aber dann ein Orgasmus, bei dem man meint zu zerspringen und der gar nicht mehr aufzuhören scheint. Allerdings werden manche Frauen sauer, wenn man sie erstmal nicht kommen lässt. Wenn dieses Orgasmus-Über-Erlebnis dann aber mal erlebt wurde, lassen sich einige doch drauf ein. Macht süchtig. Stimmung muss aber stimmen. Man muss möglicherweise erstmal wütende Frauen aushalten. Braucht Kommunikation und Konsent. Vor allem finde ich ja auch, du musst halt auch jemand sein, der eine Frau auch zum Orgasmus bringen kann. Und ich glaube, das spielt in das, was du ja ganz am Anfang der Folge erzählt hast. Du kommst halt nicht so einfach. Und wenn dann auch noch ein Typ auf die Idee kommt, dir das zu unterdrücken, dann ist man im ersten Moment schon so, ja, fuck you. Oder auch nicht. Ja, ich würde, oder eben auch nicht. Also ich würde das auch eigentlich nur mit jemandem machen wollen, mit dem ich regelmäßig Sex habe, wo ich mich auch gut aufgehoben fühle und von dem ich auch weiß, okay, das funktioniert und der weiß auch, was er macht. Also klar, üben, üben, üben. Sex ist Übungssache. Und wenn man da als Paar jetzt gerade damit anfängt, klar tastet man sich gemeinsam irgendwie an die Sache ran, klar. Aber ja, ich möchte da schon vorgewarnt werden und ich möchte eben das Wissen haben, der Mann kann mich prinzipiell zum Orgasmus bringen. Weil wenn das dann nur ein Verkappter ist, dann basic nicht. So, jetzt haben wir endlich hier mal eine Frau. Ich treffe mich seit kurzem mit einem Mann und wir hatten noch keinen penetrativen Sex. Wir machen rum, stundenlang. Er leckt mich auch und wir reiben uns aneinander. Aber er gibt ihn mir einfach nicht und ich gehe fast an die Decke. Es macht mir sehr viel Spaß, denn so entdecken wir alles, was der andere mag. Aber irgendwann bin ich dann jeweils an dem Punkt, an dem ich einfach will, dass er mich so richtig hart fickt. Und das hat er mir auch versprochen, was es nur noch schlimmer macht. Also warte ich noch. Horny as fuck und genieße trotzdem jede Sekunde. Ist schon ein bisschen geil. Ach, da kannst du dich ja auch schon drauf vorfreuen. Wenn das schon so anfängt, dass das ein schönes Sex wird. Eine Frau hat geschrieben. Hey, ich habe das im BDSM-Kontext ausprobieren können und fand das extrem berauschend, aber auch verwirrend. Es gab zwei Szenarien. Ich durfte nicht kommen und ich konnte nicht kommen, weil ich irgendwann über den Punkt hinaus war. Letzteres war nicht weniger berauschend, aber auch frustrierend, weil ich den Orgasmus schon gerne aktiv erlebe und spüre. Natürlich spielt in dem Kontext auch die Abgabe der Kontrolle eine große Rolle. Wenn ich es mir selbst mache, steuere ich die Intensität gerne beim Orgasmus etwas runter. Die Angst vor einer hohen Intensität beim Orgasmus und folglich eine Art Überstimulation hat mir geholfen, den Orgasmus nicht zuzulassen. Freue mich sehr auf die Folge, weil es eine meiner Lieblingspraktiken geworden ist. Ich hoffe, wir haben abgeliefert. Ein Mann hat geschrieben. Ich praktiziere dies sehr häufig beim Oralverkehr bei meiner Frau. Das Gute daran ist, dass ich von meiner Frau verlange, dass sie mich anfleht. Das gibt mir ein Gefühl von Macht und macht mich extrem an. Wenn meine Frau in ihrem Flehen nicht überzeugt, dann höre ich kurz vor dem Höhepunkt auf. Ich lasse sie dann ein wenig sammeln und die Stimulation geht weiter. Dieses Wechselspiel geht meistens vier bis fünf Mal und hört erst auf, wenn sie im wahrsten Sinne des Wortes mich nach einem Orgasmus anbettelt. PS, wenn meine Frau gleich heimkommt, dann denke ich, lasse ich sie wieder betteln. Das hat Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Und wenn euch das Spaß macht, dann hört doch nächsten Mittwoch wieder rein. Ihr findet uns auf Spotify, Apple, Podcast, Deezer, YouTube, allen gängigen Plattformen. Wir kommen immer mittwochs einmal mit einer langen Folge, so wie dieser hier. Da haben wir manchmal auch Experten am Start. Und in der Woche drauf gibt es dann ein Quickie, dann beantworten wir Fragen, die uns Hörer oder Hörerinnen geschickt haben. Und zwar auf Instagram unter obbpodcast oder mir direkt unter obb-josi. So geht es dann wieder im September weiter. Jetzt kommt ja aber erstmal die Sommerpause, liebe Josi. Mit euren gernen Geschichten. Genau, da kommen wir auch immer mittwochs. Also wir lassen euch nicht allein, keine Sorge. Und ja, schickt uns auch Themenvorschläge. Ich weiß, das Edging war immer ein Thema, was von euch kam. Das wurde ganz oft geschrieben auf Instagram. Also wenn ihr Ideen habt, Themen, die euch interessieren, Sachen, wo wir ein bisschen mehr in die Tiefe gehen sollen, schreibt uns. Wir haben euch lieb. Wir wünschen euch extrem guten Sex. Und bis nächsten Mittwoch. Haltet die Ohren steif. Tschüssi. Oh yeah. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020